Hallo, hallo, ich bin's mal wieder, euer Kai Adrian und das ist meine Ankündigung für das Dezember-Advents-Weihnachts-Special, wie auch immer ich das nennen werde. Ja genau, wie schon gerade eben gesagt, ich weiß noch nicht ganz genau, wie das heißen wird, aber das schreibe ich euch auf jeden Fall auch in die Videobeschreibung oder auch in den Text, ist ja jetzt auch komplett unwichtig. Worum geht's? Es ist ein Special, was ich machen möchte im Monat Dezember und jetzt haltet euch fest, ich werde mehr Uploads machen. Mein Plan ist es nämlich, und das ist jetzt nicht allzu unrealistisch, denn ich habe schon zwei Videos vorbereitet, ich möchte jeden Adventssonntag ein Video hochladen. Das heißt, am 2., am 9. Dezember, am 16. Dezember und am 23. Dezember wird auf jeden Fall ein Video hochgeladen. Ich denke mal, die Videos werde ich auf 10 Uhr online stellen, das ist immer so eine gute Zeit. Folgendes steckt dahinter, denn ich habe euch auch schon damals in einem Update-Video gesagt, ich habe einfach gute Ideen, teilweise schon komplett ausgearbeitet, aber ich habe einfach keine Zeit, die Sachen zu filmen. Und jetzt habe ich mich dazu entschlossen, als Special für euch, da ich einfach gemerkt habe, dass das Jahr relativ schnell vorbeigegangen ist, ohne dass ich vieles davon umgesetzt habe, möchte ich diese Videos jetzt machen, damit die auf jeden Fall auch mal irgendwann gemacht sind. Die stehen teilweise schon so lange auf meiner Liste. Und ja, und deswegen werde ich das auf jeden Fall machen. Das sind keine Ramsch-Videos oder sowas, das sind Videos, die ich auch wirklich machen wollte. Es werden unterschiedliche Videos sein, es werden vielleicht Reviews sein, es werden vielleicht irgendwelche Brickfilm-Specials sein, es werden vielleicht irgendwelche Tutorials sein, vielleicht werden es auch irgendwelche Unboxing sein, vielleicht werden es auch irgendwelche Lichtschwert-Videos sein. Es kann alles sein, je nachdem, wofür ich Zeit finde, beziehungsweise, wie gesagt, ich habe unterschiedliche Pläne. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf einiges freuen, aber das war es noch nicht. Jetzt kommt nämlich noch das Special im Special, jetzt kommt der Bonus. Denn wenn ich es schaffe, und das auch wirklich nur in Klammern, wenn ich es schaffe, werden noch weitere Videos kommen, nämlich am 6. Dezember, das heißt am Nikolaus, am 24. Dezember, also an Weihnachten und am Silvesterabend, also am 31. Dezember. Diese Termine stehen aber wirklich nur in Klammern, aber diese vier Videos, die ich gesagt habe an den Adventssonntagen, die will ich auf jeden Fall raushauen und die werden auf jeden Fall kommen, dafür werde ich mir die Zeit nehmen. Und wie gesagt, 10 Uhr, falls ich es nicht schaffen sollte, dann vielleicht auch später, aber ich will unbedingt das an diesen Tagen schaffen. Wie gesagt, zwei Videos sind schon fast fertig, deswegen ist das auch realistisch und nicht irgendwo hergegriffen. Und ich freue mich einfach sehr darauf, es wird ein paar Themen geben, wo wir auch diskutieren können, beziehungsweise wo ich mich dann auch freue, die Kommentare von euch zu lesen, was ihr davon haltet. Und ja, das war es für dieses Ankündigungsvideo. Wie gesagt, nur ein Ankündigungsvideo nicht allzu lang, aber mir ist wichtig, dass ihr dann Bescheid wisst. Ja, falls ihr Bock drauf habt, merkt euch die Termine. Und ja, das war es für dieses Video und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen.